Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Bei uns erlebte ja Markus Schubert eine irre Achterbahnfahrt und diese endete ja im vergangenen Sommer, als der Keeper zu Vitesse Arnhem wechselte. In den Niederlanden ist der Ex-Schalke-Torwart Stammkeeper, er muss in letzter Zeit aber doch schon heftige Kritik einstecken. Der Grund ist ein grober Patzer des 23-jährigen Schlusswahls beim 2-2-1-Sieg über den FC Utrecht am Wochenende. Das gesamte Spiel über überzeugte und zeigte Markus Schubert auch starke Parade und bekam viel Szenenapplaus von den Fans. Doch dann unterlief dem immer längere Sofiki ein böser Fauxpas. Vitesse fühlte zwar bereits 2-0 und der Sieg schien ungefähr dort zu sein, ehe in der 77. Minute der Anschlusstreffer fiel. Arthur Zagré schoss aus rund 40 Metern aus dem linken Halbfeld auf das Tor. Schubert lief schnell zurück, schraubte sich hoch und wollte den Ball fangen, ließ ihn jedoch durch die Handschuhe gleiten. Ein böser Fehler. Sein Vordermann Jakub Rasmussen kam direkt zu seinem Tor und munterte ihn nach seinem Fehler wieder auf. Der Fehler hatte glücklicherweise keine großen Folgen, da Vitesse das Spiel trotzdem gewann und sich in der Tabelle mittlerweile auf dem 5. Platz befindet. In den sozialen Netzwerken zeigten sich aber einige Vitesse verentwütend über den Patzer. Schubert zeigte in der Vergangenheit immer wieder Unsicherheit. Bei Flanken spielte Philpäs und kassierte sogar bei der 0-1-Singerlage gegen den Tottenham Hotspurs in der Europe Conference League die rote Karte. Diese Fehler dürfen nicht passieren. Er kostet uns viele Punkte. Schubert sollte auf die Bank versetzt werden und stellt Schubert nicht mehr auf, heißt es in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken. In der aktuellen Saison kassierte der Ex-S04-Tauern in 19 Partien 30 Gegentreffer und die den 5 spielen die 0. Also, das also das aktuelle Update mal zu Marco Schubert. Er ist ja nicht mal bei uns. Trotzdem interessant mal drauf zu gucken, wie es halt für solche Spieler auch weiterläuft. Ich denke mal, bei Marco Schubert hat man jetzt auch kein Groll oder sowas als Schalke-Fan jetzt wie bei anderen Namen, die ich jetzt auch nicht nennen muss. Deswegen kann man auch mal ganz gut drauf gucken. Und gut, es ist Kritik da, wenn man jetzt auf die Schwächen guckt mit Fehlpässe, unsicher bei Flanken, ähnelt das halt auch dem, was man vielleicht schon von Schalke kannte. Ich hoffe, dass es für ihn jetzt positiv weiterläuft, dass er genau das verbessern kann, weil ich glaube immer noch daran, dass der Junge Potenzial hat. Eure Meinung zu Marco Schubert gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!